Also es gibt auch noch ein paar Leute in Deutschland, die sich daran erinnern können, was 2015, 2016 los war, wo wie damals schon all das aufgetischt wurde, was jetzt als Lösung des Problems angeboten wird. Und das finde ich einfach unsäglich. Ja, Sie merken es, ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt, dass wir von dermaßen inkompetenten Leuten regiert werden, die außerdem auch noch meinen, wir nehmen es ihnen ab, was sie uns sagen. Dass wir nicht merken, wir, die doofen Bürger, dass wir nicht merken, wie inkompetent die sind. Das war nicht der Flüchtlingsgipfel, das war einer der vielen Inkompetenzgipfel.